Ich habe immer mein Leben lang das Gefühl gehabt, nicht dazuzugehören. Und obwohl ich mein Leben lang gern irgendwo dazugehört hätte, habe ich das, dem ich hätte zugehören wollen, niemals gefunden. Wenn du groß bist wie dein Vater, dann ist in der Sowjetunion längst der Kommunismus angebrochen. Hast du je eine Mensch geliebt? Wenn wir rüber gehen, dann siehst du auch deine ganzen Freundin. Doch, Nicke! Ja, und die anderen? Na, es ist sowieso schon drüben. 40 Jahre lang hast du es nicht gewagt zu berichten von deinen wunderbaren Jahren im Vaterland aller Werbkenntnisse. Was willst du von mir? Soll ich dir mein Leben zurückgeben? Später werden wieder die Bilder auftauchen, die mich in letzter Zeit immer häufiger heimsuchen. Splitter, Scherben, Vergangenheit. Geschichten, die nach mir niemand mehr kennen wird. Schöne Geschichten. Aber auch solche, die ich in dem Moment als schwierig oder sogar als schmerzlich empfand. Und ich werde mich fragen, wieso es mir gut tut. Dennoch, mich zu erinnern.